Wahrscheinlich wird der Erfolg fast zu sehen semi-optimal sein. Da bin ich wieder. Eingang der Feldhofhöhle. Hab da gerade gesehen, hab mich da auch gerade verpflegt und gestärkt. Und jetzt geht's in Richtung Auto. Ich hatte mein Auto am Haus Recke abgestellt und bin dann einfach mal zur Feldhofhöhle hinaufgelaufen. Ist jetzt eigentlich mehr ein Umweg gewesen zu dem, was ich eigentlich hier in der Landschaft vorhatte. Ich wollte eigentlich mal Richtung taleinwärts laufen. Da geht's auch eigentlich jetzt hin. Also erst mal Richtung Auto, Haus Recke und dann wahrscheinlich erst mal Richtung Karhofhöhle. Beziehungsweise gibt's da ja glaube ich auch noch weitere Höhlen da in dem Gebiet. Ja an dieser Stelle noch mal super, super herzlichen Dank für den Kommentar zwecks dieser verschlossenen Höhle. Da sollte sich ja eine Telefonnummer an der Höhle befinden. Zwecks Befahrungsinteresse, die ich ja jetzt da nicht gefunden habe. Schade auch. Wahrscheinlich wird das auch nicht mehr angeboten, weil dementsprechend die Höhle eigentlich mehr schwer zugänglich ist. Also man sieht ja schon tolle Facetten, wenn man hier den Uferwanderweg an der Höhle entlangläuft. Jetzt tut sich hier auch noch mal so eine schöne alte Stein an der Brücke auf. Und selbst da fällt der Kalk aus. Man sieht's hier so leichte Tropfsteinbildung überall an der Brücke. Richtig geil. Und da oben, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Da gibt's schöne lange Zapfen sogar. Und wenn man jetzt hier sich die Brücke mal anschaut, dann sieht man ja überall diese ganzen weißen Stellen an der Brücke. Also echt toll, dass man hier auch alles zu sehen bekommt. Hier sieht man ja die Höhle, wie sie sich den Wegtal auswärts bahnt. Also von da bin ich gekommen. Ich befinde mich mittlerweile in Volk-Ringhausen. Ich habe die K-Hof-Höhlen erst mal links neben mir gelassen, weil ich von zwei kleinen anderen Löchern hier weiß, die, glaube ich, auch nicht allzu bekannt sind. Einmal ist das hier, dieses versteckte Loch. Es müsste ein Karstwasserüberlauf sein. Das bedeutet, wenn hier Hochwasser ist bzw. besonders regenreiche Tage, steht hier nämlich der Höhleneingang auch gerne mal unter Wasser. Und hier hat man ein Abflussrohr für das Wasser, was halt aus der Höhle kommt. Sprich, im Prinzip ist es halt auch ein Ponor. Und dann ist hier ein paar Meter weiter, geht auch ein kleiner Pfad hoch. Da hatte ich auch mein restliches Equipment bereits positioniert. findet sich hier ein kleines Loch, was ich mal kurz ankrabbeln werde. Aber augenscheinlich ist es hier bloß der kleine Höhlenraum. Also es geht da nicht sehr weit rein. Ja, hier muss man echt aufpassen. Hier sind überall aufgespannte Spinnennetze. Ich würde da eigentlich ungern Wasser zerstören wollen. Okay, sieht schon ziemlich interessant aus. Hier ist es bloß ein kleiner Höhlenraum. Rechtsseitig links geht es nicht mehr weiter. Rechtsseitig ist hier auch Feierabend. Ich muss auch gerade sagen, hier haben auch einige Wildtiere ihren Kot abgelegt. Also hier stinkt es auch ziemlich in der Höhle. So, Höhle Nummer 2. Der Ponor. Oh, man hat das Wasser plätschern. Wow. 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 . Hmm. wird es zunehmend nass kalt 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 rw wahnsinn richtig krass überlegt bin ein bisschen nass geworden und jetzt diesen gang hier seitlich längs und wie ihr seht immer mehr tiefer in die höhle und es wird auch immer lauter das wasser ich glaube ich werde aber gleich umkehren es ist nichts mehr für mich es ist nicht mehr für mich Also ich bin ein Stück weit reingekrabbelt und der Fels, der mich umgibt, ist einfach nur messerscharf fast. Also sehr riffartig ausgeprägt und ich bleibe überall mit der Kleidung hängen. Es ist nicht die optimale Kleidung, um jetzt hier noch weiter voranzuschreiten. Ich habe halt auch kein Neopren an und da kommt das Wasser her und da hinten wird es auf jeden Fall tief, noch tiefer. Also ich müsste mich komplett mit dem Körper reinlegen, ich glaube nicht, dass ich das mehr machen werde. Es ist schon ziemlich schwierig hier vorne zu kommen. Und ich werde mich hier nicht komplett ins Wasser legen mit der Kleidung, das fällt aus. Allegerstand schön weil dieses fließende wasser und dann dieser ausgewaschene gang ich bin auch mega fertig erstens die hitze drückt 30 grad etwa und dann noch diese engen höhlengänge wobei das kühler wasser und auch die kalte höhle echt gerade eine gelungene abwechslung war der drückenden schwillen hütze zu entkommen